Und damit seid ihr gegrüßt, willkommen zurück zu einem neuen Netztest, wir spielen heute Star Trek Online, haben wir das Test an, hier können wir das mit dem Charakter, die Tour, ich habe mir auf Epic Games das Ding mal runtergeladen, das ist ein Online-Game, in einem RPG glaube ich, wenn ich das richtig sehe, sowas spiele ich normalerweise eher nicht, aber ich wollte es heute einfach mal für ein Letztest mal schauen, vielleicht ein Stündchen oder so mal, ausprobieren, um da mal ein bisschen reinzugucken, wir haben auf jeden Fall Fraktionen oder so, und jetzt hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Schiffe, auf denen wir sein können, dann haben wir einmal die Klingonische Verteidigungsstreitmacht, dann werden wir also ein Klingon spielen dann, oder eine Klingonin, dann haben wir dieses Cowboy, Sterneflotte, spielen hier, so eine Figur, haben wir hier die Dominion, aha, ok, hier steht man in der Beschreibung da hinten, von trügerischen Gründern der Gamma-Kodranten und der Gesellschaft vieler Spezies, ok, haben wir hier, haben wir die TOS-Sternenflotte, Romulanische Republik, haben wir hier, und haben wir einmal die gute als bekannte Sternenflotte, ja, ich würde mal sagen, ich denke jetzt für das letzte Test, wäre ich eher so, wäre ich jetzt hier eher so, Richtung Sternenflotte unterwegs, würde ich es dauerhaft probieren, das Sternenflotte, befindet sich im Solsystem auf dem Planeten Erde, ah ok, wir starten also vom Planeten Erde aus, und konnten da die, von dir aus die, geweisen, würde ich doch sagen, treten wir der Sternenflotte bei, ok, jetzt gibt es die Spezies, die wir wählen können beim Charakter Editor, Mensch können wir sein, Androi, Androianer, Bajoraner, Benzit gibt es hier, Betazuit, Brudianer, Brudianer, Ferengi, Packlet, Regenianer, nochmal Saurianer, Hashtag Echsenmensch, Hashtag Echsenmensch, ja, steht hier sogar Reptilien Spezies, Teleriten, Matril, Matril, Monetische Spezies, haben wir die Vulkaner, Spoch seine, seine Spezies, und Aliens, ok, Telepathische Spezies, ich wäre mal ein bisschen langweilig, ich hoffe, ich enttäusche da nicht zu viel, ich würde mal ein bisschen langweilig unterwegs sind, und würde mal den Menschen nehmen, einfach mal fürs letzte Test, also ein Saurier, wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht, können wir auch mal machen, ja, ich weiß nicht, so einen Alien würde ich jetzt nicht wirklich nehmen, wenn dann was Humanoid ist, gar nicht, ich entscheide mich für einen Menschen, einen weiblichen oder männlichen, einen weiblichen oder männlichen, das ist euch doch ein, auch wisst ihr was ich nehme, ich nehme mal hier einen, warum nicht einen weiblichen Saurianer, können wir doch mal machen, mal schauen wie es dann im Charakter-Elite aussieht, bin ich gespannt, oder gibt es keinen Charakter-Elite, oder was, Karriere wählen, dichter Offizier der Sternenflotte, Wissenschafts-Offizier der Sternenflotte, Taktischer Offizier der Sternenflotte, ähm, dichter Offizier und schlusser Schiffen, kühlen Leben sind ja eine Überlebenschance erhöhen, die Gegner ausmanövrieren, Kühlen, ich sag mal, Wissenschafts-Offizier, von Gegner Schwächen, oder Kühlen zu den Kampen, ok, ich bin ein Alien, der auf der Krankenstation, ich denke, ja, machen wir, Jetzt machen wir mal die Charakter-editung. Ja. Ein roter Hauz. Ein violettter Hauz. Die Sonne Hauz nehme ich. Wo ist der Unterschied? Haare gibt es keine. Achso, das sind die Haare. Zwei Haare-Versionen. Ich brauche einfach mal die Augenfarbe. Da passt doch was. Ich habe alle grünen. Ja. Körperhaltung. Standard. Feminine. Brawler. Krater. Cute. Ja. Okay. Relaxed. Krater. Ich nehme natürlich Grager. Die Größe können wir noch einstellen. 1,80. 1,80. 1,80. 1,80 passt. Uniform. Was passt da am besten? Hm. Ich glaube ich wäre ein Fan von der hier. Nehme ich. Name des Captains. Ähm. Der ist Zwergy. Sehr guter Name. mal zwang fußt und erwartet was den die captain wenn wir sind die weh anders haben das ist nur mal den in den nennen wir den captain captain molly sieg unter molly forman der name das kommando nehme ich ich habe einen Zwerg, ich bin sehr seriös ich habe einen Zwerg das ist ein Spitznammer ähm so formaler Name Zwerg-Armio-Maxime-First ja Zwerg Käpt'n Zwerg Schussnahme U.S. U.S. Badminton Energie auf geht's roter Alarm was haben wir hier die 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 bestimmt geclaimt wird das Spiel ist alt entschuldigt die Qualität die 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 der Klingon-Empire eine Möglichkeit, um ihre Territory zu expandieren. Jimpak, der Chancellor des Highs Council, hat sich für die Klingon für die Klingon gegründet. Nur in der Krieg, Jimpak sagt, ist ein Klingon wirklich Klingon. Die Federung hat sich in der Lage, um ihre Allianz mit den Klingons zu behaupten, aber war war inevitable. Die Romulans wollen Revenge für ihre losten Welt. Die Dominion ist wiederholen, die Fortschritte. Jetzt die Borg haben sie wiederholen, und die Alpha Quadrant ist auf der Nähe des Ruins. Die Ausstellung ist fütlich. Warnung, Schiff ist unter attack. Wir müssen die Hälfte! Der Geist der Galaxie ist in deinen Händen. Keep firing! Oha! Willkommen bei StarTech Online. Heute ist der Abschlusstag, und Sie werden bald ihren Trainingsflug antreten, bei dem die Besatzen zum Großteil aus Kadetten besteht. Dieses Tutorial wird Ihnen die grundlegende Steuerung in StarTech Online erklären, entschließt der Bewegung, des Kampfes und der Entaktion mit Charakteren und Objekten. Das sind wir. Okay, hier sind wir im Spiel. Das sind wir. Zwerg? Ach, sind wir jetzt Zwerg oder was? Ich dachte wir wären... Wir sind nicht der Käpt'n, sondern wir sind... Wir sind Hilfsoffizier. W-Schritt nach vorne. Ja, W-A-S-N-D, sehr gut. Und schlechte deine Mäuse. W-Schritt nach links. S nach hinten. I nach rechts. Okay. Das ist doch nicht wie aus dieser W-Q- W-Q-I-S. Okay. Komm ich auch mit klar? Ja, seltsam, aber... Ah, okay. Mit A und D ist die Kamera schwenkt. So können wir die Kamera auch schwenken, also... Uff, naja. Okay, ich glaube, wir müssen zu dem hier hin. Personen, die sie interagieren können, haben ein Symbol über den Kopf. Du bist die F, um mit ihnen zu sprechen. Okay. Hallöchen. Endlich, ich war zu Beginn, zu denken, dass du vergessen hast, was es heute war. Natürlich, ich war erst in der Linie. Oh, bevor ich es vergessen habe, ich denke, Rasky ist gerade vor. Er wollte Ihnen bedanken, dass er mich für das Astrometrics-File helfen hat. Und weiter. Okay, wir haben unseren ersten Auftrag bekommen. Das ist richtig sehr. Ähm. Dann gehen wir mal zum nächsten hier. Oh. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Der von uns. Einer von meiner Spätsis. Ich hoffe, dass du mir geholfen hast. Ich habe immer dich erinnert. Ich hoffe, Starfleet erkennt, was du getan hast, um unsere Klasse zu führen. Welche Schiff hast du bekommen? Good luck. Es könnte ich mal losgerichtet, was der gesagt hat. Ich hoffe, dass du den Lieutenant Farren geholfen hast. Du solltest Tavral finden. Sie wollte dich erzählen. Sie ist gerade auf dem Weg. Okay, wir reden mit dem nächsten. Wir reden uns. Also wir kämpfen uns durch und reden mit einem nach dem anderen. Kaldits Tavral ansprechen. Grüezi. Noch ein Kaldits. Was Kie sagte, ich sollte, sie wollten mich sprechen. Es war gut für dich, mich auf die Linguistik-Final zurückzunehmen. Ich war bereit, meine originalen Ergebnisse zu erzielen. Aber du sahst, dass ich nicht am besten war. Mein Schiff hat auf dem zweiten Versuch auf 12.8% erhöht. Sehr gut in meinen Standard-Normen. Jetzt bin ich qualifiziert, um sowohl ein Wissenschaftler und ein Kommunikations-Officer zu sein. Morik would like to see you as well. He is ahead of us on the path. Live long and prosper. Ah, ja. Okay. Dass die nächsten jemanden sprechen sollen. Wir haben hier eine lange Reise, ja. Viele Menschen, die wir sprechen müssen. Er ist vorwärts. Wenn du bist, sind wir noch entspannt? Wenn wir unsere Trainings-Kruise haben, werden wir alle vollfledigte Entsignisse sein. Der Buss ist, dass der Kapitän Taggart noch nicht alle seine Senior-Staaten nennen hat. Von dem, was ich gehört habe, ist, die advanced Phaser-Trainings-Simulation, die Menschen aufzunehmen. Okay. Ich bin hier mal gespannt. Wenn wir uns hier mal ein bisschen umgucken können. Aha. Hier haben wir... Hier haben wir eine kleine Statue. Hey, wir müssen hier mal hin. Wir wollen es hier nicht zu lange aufhalten. Wenn keine Zeug, die zum ersten Tag nicht zu spät kommen. Ach, hallo. Guten Abend, Cadet. Was kann ich für dich tun? Hinter ihm. Bin ich hier richtig für mein Trainings-Kruise? Ja, ich habe die komplette Entsignisse-Liste hier. Name? Okay, scheinbar bin ich doch wohl der Kapitän hier. Ich bin ein Zwerg. Let's see. Interessant. Ich bin nämlich ein Zwerg. Report zu Kapitän Taggart. Er ist in der Office, hinter mir. Gibt es ein Problem? Sie müssen ihn fragen. Okay, ich kriege Anschlussrecht zu spät kommen. Verstehe. Gegenstände, mit denen Sie interagieren können, sind von einem Durchschnitt auch umgeben. Sie müssen die F um die Glückenden zu bestätigen, Captain Taggart von Ihrer Anwesenheit zu informieren. Ähm. Oha. Da ist er gerollt. Oder sie. Komm. Herr Wein. Hallo, mein Kapitän. Cadet. Das ist right, Weissen-Kapitän. Ich habe schon. Ich bin unglaublich, dein Prossen hier bei der Akademie. Und muss ich sagen, ich bin großzügig. Danke. Ich habe gerade ihre finalen Test-Score-Test-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score-Score. Okay Was sagten Sie, Leitende Offizierer? Ich werde meinen Taktischen Offizier fragen. Wer ist das? Okay Alles klar Auf zu unserem nächsten Ziel Kein Netz in dieser Forest Lokalisierung Okay, diese Nummer ansprechen Wo treibt die sich rum? Sieht aus, als wäre sie das Kapitän Taggart möchte mich auf seiner Brücke haben, aber ich muss erst die Faser-Train für Fortgestrittener bestehen Du hast das nie gemacht? Ich dachte, du warst extra Kredit Jeder weiß, dass Kapitän Taggart erwartet, alle seine Top-Leute zu diesem Programm zu passen Jetzt erzählen Sie mir Sieh voran Sieht aus, dass die meisten unserer Klasse auf der Kapitän Taggart kamen Okay, ich folge ihr mal Sie sind neue Rekruts Zum Taser-Trainings Dann lernen wir ein bisschen schießen Habt ihr die Whales in San Francisco Bay gesehen? Ich habe sie nie gesehen, nie zu sehen Ich habe manchmal vergessen, dass Boothby ein Hologram ist Er erscheint wie eine... ...Ficksture hier in der Starfleet-Akademie Für Sprint? Tappe die Schifft-Key, Waffling Die letzte Nummer auf dem Konsulten bietet die erste Runde heute! Die Schifft-Key zum Sprinten? Ja, mach ich doch schon die ganze Zeit Äh, vorbeigrand Äh, vorbeigrand Ja, ja, bin da Ich setze das Trainingprogramm jetzt Ich hoffe, Holodeck 2 ist dein glücklicher Holodeck Die Phasers sind in den Lockern bei den Holodecks Du kannst einen dort holen Okay, auf geht's Wir haben noch ein bisschen schießen Nachdem wir die Störung kapitel haben Puh, die Störung ist manchmal noch ein bisschen schwierig Mit... mit VQ und E zu... äh, das ist ein bisschen... äh... ja Ich bin immer geleitet mit... mit VASD zu spielen Ist ein bisschen... naja So, wo müssen wir hin? Puh, die V, um das Gebiet zu scannen Der Trikot zeigt den Weg zum nächsten Linienziel Okay Ich bin hier neu, ich kenn mich noch nicht so aus Wo muss ich hin? Scheinbar hier lang Aha, hier, Pistole neben Okay Ist hier fast ein bisschen gruselig Umweg 2 Gehen Sie zur Mitte des Raums Programm beginnen Okay Ich habe aber noch nicht gelernt, wie man schießt Und jetzt rechts klicken, um den Kampfwaffe abzuführen Ähm Das tut's irgendwie nicht Ah, doch Ein paar Klinguen abschießen Okay Ich glaub ich kann das noch nicht so gut Ah, okay Ah, okay Äh, jetzt ne... Kurze Schüsse Rechte Musterste Holy shit So wird es nie Okay Okay Okay, hier haben wir Das ist ja wahnsinnig unspannend Ist doch auch noch aus der Luftperspektive Ähm, ich sehe nichts Ach so, hier Okay In einem Kampf bestimmt Abzugung gesperrt Soweit Okay, Simulation beenden Haben wir's geschafft Sie haben, ihre Waffe zu ziehen Und wieder wegzustecken Ah, okay Mit Käpt'n sprechen Well done, Cadet You're not gonna break the Academy record But your score was more than satisfactory Ah, ja Dann Käpt'n, haben Sie nur ein... Haben Sie nur ein Aufmerksam? Absolut I have a new First Officer Congratulations Best Officer Yes You should be proud of your accomplishments here, Cadet You have a promising career ahead of you in Starfleet Danke So, das ist meine Idee für Sie zu arbeiten Okay, Nachbesprechung Und Flo das Sprechen Okay, jetzt bin ich der erste Offizierer, sicher Und rapide Anstieg Wie du immer wollte Äh... Äh... Ich war noch ein Kadett, jetzt bin ich ja... fast schon Kapitän. Achten Sie, dass Ihre Missionsdienst sowohl eine Kompass als auch eine Medikarte? Ja, ok. Ich folge. Turbolift. Okay, ich muss eine Ansprache halten. Ach, schade. Na, sorry. Das kann ja nur schief gehen. Einen Toaster sprechen. Kadetten inspirieren, Kadetten einschüchtern, Bescheiden geben. Ähm... Der Dachs ist ein furchteinflussender Ort, aber jeder einzelne von Euch hat bewiesen, dass er die Fähigkeiten zum Überleben sitzt. Ah, nein. Dies wird nicht leicht. Die Föderation hat viele Feinde. Kling, Gun, der Tal, Jiang und der Morg. Es gibt viele Völker, die sich die Vernichtung der Vereinigten Föderationen und dem Planeten wünschen. Es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Wir werden mutig voranschreiten, so wie es uns die Sternenflut gelehrt hat und unsere Fähigkeiten, die wir in den vier Jahren der Sternenflutten Akademie erworben haben, nutzen. Auf den Sternenflutten Akademie auf die US ist Badmatter und ihre Crew. Das ist damit tapfer, aber für ein Schiff, das ist was habt ihr denn. Das heißt, das kann auch... Erster... Erster... Erster Offizier Zwerg. Das kann... Das ist ja... Keine Ex schief gehen. Das Glas auf die Abschlüsse, das von 2409 erheben. Alle Kadettinnen, bitte abzuhalten Ihre Shuttle. Auf uns. Okay, dann will ich mal nicht zu spät kommen. Dicke Füße. Auf geht's. Dicke Füße, wo wir alles okay. Ich kann nicht glauben, dass wir das endlich machen. Oh, schau mal das! Die USS Vesta, die erste von ihrer Klasse. Sie hat Subsystem-Targetung, eine Crew von 750, Auxiliary-Faser-Kanonen und sogar eine Quantumsfeld-Fokuss-Controller. Ich kann nicht warten, dass Captain One someday... Aber hier ist unser Schiff. Miranda-Klasse, 200 Crew, zwei forward-webten-Mounts, 1 App. Average Speed, Warp 5.0. Sie ist ein schweres Schiff, aber ich glaube, ich mag sie. Sieht auch nicht überaus. Wir sind der letzte Shuttle, um zu erreichen. Wir müssen zur Brücke gehen. Okay. Ich werde in die Schiff und dann zur Brücke gehen. Wir sehen uns da. Okay, alles klar. Mit dem Dienstoffizier in der Shuttle-Rampe sprechen. Das müsstest du sein. Name und Position? Keine Zwergstellevertretung, er ist der Offizier. Ich habe dein Rekord hier, Sir. Willkommen zur Brücke. Wo befindet sich der Captain? Der Captain Taggart ist für dich auf der Brücke. Use das Turbo-Lef hinter mir. Er wird dich direkt da. Ah, okay. Auf die Brücke. Der Captain, ich melde mich zum Dienst. Willkommen zur Brücke, Nummer 1. Nummer 1. Ich bin zu früh in meinem Karte. Erst in meinem Karte ging ich zum Captain, der seinen ersten Offizier haltepiehlt. Ich habe immer erinnert. Als mein Nummer 1. Ich versuche, dass meine Urore abzuziehen. Und mich überraschend auf die beste Kursstelle in jeder Situation. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Der Star Trek-Deader, den er seinen ersten Kommandant Nummer eins genannt hat. Ich glaube, das ist gut und begann. But first, we need to get out of drydock, get clearance from control, and close the shuttlebay doors, then disable the tractor moorings. Okay. Earth traffic control has cleared us to depart, sir. Very good, number one. Get out of the train. Shuttlebay doors are closed, sir. Very good, number one. Okay. Let the tractor start up. Einladen. Tutorial auf Trainingsflug. Und den Käpt'n müssen wir sprechen. Einmal schauen, um zu sehen, ob du aufhörst, Nummer 1. Potter, rauskrieg uns. Maximum Thrusters. Der Käpt'n, Erster Offizier, hat Platz genommen. Der Käpt'n, ich habe eine Distress Call von der SS Breakeven. Audio nur. Wir hören uns, Tavrel. Das ist der Breakeven. Können Sie mich? So, sind wir vorbewerben? Wir können wirklich ein paar Hilfe geben. Sie wissen, wir sind auf unsere Weg. Potter, in eine Rendezvous course. Altering course, Sir. ETA, 3 Minuten. Transporter room. Prepare to beam over, Survivors. Sir, Sensors können nichts in der Facilität des Breakeven. Kommunikations sind auch weg. Keep trying to hail them, Tavrel. Nummer 1. Let's discuss the situation. You heard the Distress Call, Nummer 1? What do you think we should do? Ist das ein Test, Sir? Wird das zum Trainingsflug? Absolutly not. We're the closest ship to the Breakeven. So it's our duty to assist. Uh, uh, um, ja. Sprechen. You heard the Distress Call, Nummer 1? Absolutly not. We're the closest ship to the Breakeven. So it's our duty to assist. Good. What do you advise? We're the closest ship to the Breakeven. Oh, okay. Ähm. Good. 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 Ich denke, dass ich es habe. Das ist viel anders als die Training-Szenarien. Wir werden sie jetzt überrascht. Wollt ihr euch! Dieses Vessel ist nun das Haus von Kapitän Kadek von IKS Junk! Ein Engelhoff Schiff. Gut, dass wir unterwegs sind. Sie ist immer gut. Stopp! 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 Was mit dem feindlichen Schiff so? Jawohl so. Auch zu den Klingonen. Äh... Hier muss ich hin. Geht ins Waffenschrank. In diesem Raum integriert sie mit ihm. Um bessere Waffen zu halten. Aber unbedingt. Gewehr holen. Gewehr holen. Oh, ein Statusfenster. Okay, die würde ich gerne... Okay. Ich würde gerne... Gewehr holen. Gewehr holen. Wenn sie scharf schützen werden mit... Ausrüstchen können sie sie nicht... Okay. Ausrüsten. Gewehr holen. Gewehr holen. Gewehr holen. Gewehr holen. Okay. Wo sind die Klingonen? Was macht die Kamera? Oh shit. Wieso wird das nichts? Ich bin getroffen. Ich kann die Kamera noch nicht stören. Warum treffe ich den nicht? Äh, ja. Waffe wechseln. Ich war noch nicht so gut in Waffen. Ich bin überrannt. Das Schusssystem ist mir leider nicht so sehr bekannt. Waffe wechseln. Und dann kommt sie die Waffe schon. Ziemlich zurück. Ich bin so Spindra. Ich kann nicht schießen. Warum nicht? Ich bin so unklar, warum ich hier nicht schießen kann. Nicht mal mit der anderen Waffe. Ich bin so unklar, warum die Waffe zu ziehen. Ich bin so unklar. Ich bin so unklar. Ich bin so unklar. Ich bin so unklar. Und ich bin so unklar. Ich bin so unklar. Und, wie ich kämpfen kann. Und läuft etwas grundsätzlich falsch. Ich kann die Waffe nicht ausrüsten, wieso kann ich die Waffe nicht ausrüsten? Ich habe einen guten Blaster hier WTF Das steuere ich gar nicht mehr Was tut ich? Welche Taste muss ich drücken? Aha Endlich funktioniert mal was Okay Da kann ich nicht durch Das ist der Offizier, verdammt. Ne, das ist der Gegner, ja. Ich kann die Tutorial-Nachricht gar nicht öffnen und nicht schließen. Ich kann die Tutorial-Nachricht geben. Hey, keine Zeit halten sie stand. Man poliert da doch irgendwas an den... Ich muss nicht leben. Wir können die Schulden schiffsverfahren. Tumolüft betreten. Gehen los. Hitzeros sind Schütz. Konzentratoren. Okay, das Stink kriegt doch nicht weg. Tutorial, weil so ein bisschen da bleiben. Ein paar Kettengreifungen. Der Offizier ist gefallen. Die Stu durchbrechen. Okay. Kannst du hier hin? Jetzt mal Kampfgang Rebarion. Okay. Hier sind noch welche. Ob wird sie besiegt. Und hier. Wer ist in der Lied zur vorderen Schönern rum? Und jetzt hier denke ich, oder? 2 und 3. Wo ist das dritte? Hier. Nummer 1. Wir haben hier getötet, und die Klingons können eine Bordungspartei hervorheben. Ich brauche dich zurück auf der Brücke. Alles klar. Ich komme. Ich komme. Auf der Brücke. Erste Offizier wird auf der Brücke benötigt. Auf der Brücke. Auf der Brücke. wenn ich noch da bin, wenn sie das Schiff nicht kriegen Kette teilen Sieh kommt klar Die Klingonen Das ist Kapitän Kayak aus der IKS-Chanke Sie haben vielleicht gefeiert meine Partei aus Ihren Dach Aber unser Schiff bleibt Sie haben keine Hoffnung von uns zu finden oder uns zu retten Ihre Wahl ist einfach Aufgeben wir aber niemals. Auf keinen Fall. Vielleicht wird dein Kapitän deine Meinung verändern. Oder du sollst zurückgehen, Kapitän, oder ich werde sie aus dem Skye zerbauen. Es ist deine Wahl, Kapitän. Willst du diese Kinder sterben? Sehr gut. Nummer 1. Du bist jetzt der Kapitän des Schiffes. Deine Orte. Die Orte, ich habe mich in meinem Kampf und Feuer. Ach du Schande. Ach du Schande. Du wolltest eigentlich nicht Kapitän werden. Mach mich stolz. Ja, Kapitän. Ich werde sie stolz machen. Wir haben Target Lock, Kapitän. Schießen auf mein Kommando. Schuss. Chuss. Schuss. Schuss. Es sind Weibungen! Weibungen und Schilden sind ausgeliefertigend! Raaah! Kloch hat begonnen zu reparieren! Wir haben ihre Signal verloren. Was jetzt? Ura! Mit Kloch sprechen. Er sitzt am Boden. Was ist hier rum? Wir... Wir haben überlebt. Aber der Kapitän... Kapitän Taggart wusste, was geschah. Und er hat auch die Ordnung gegeben. Ein ultime Verlust. Einer, den wir alle für ein Kult machen können. Er hat euch vertraut, um die Kommande zu nehmen. Und alles, was wir jetzt tun können, ist überleben. Und er erinnern. Tja... Es ist traurig, aber wir müssen weiter machen. Eine Show muss gehen. Jetzt muss ich traurigen... Herzens... ...den Käptenstuhl einnehmen. So hätte ich mir das eigentlich auch nicht gehofft, aber... Auf geht's. Die neue Arbeiten... ...des Weltrupps. Elisa von Flores meldet sich zum Dienst. Und er ist offiziell... ...aber einige sind schlimmer als die anderen. Lebenssupport ist stabil... ...aber was anderes könnte ein Problem sein. T4 senden Sie ein Notsignal. Ich habe versucht, einen Distress Call zu bekommen, Kapitän. Aber etwas ist in alle Frequenzen. Versuchen Sie es weiter, Elisa. Wie ist der Stand des Flores? Sie ist noch gehofft. Aber ich denke, sie hat etwas wirkliche Schmerz genommen. Wir sind auch in russer Form, Kapitän. Safra Scharns bricht. Sie sind noch die Diagnostik, Sir. Es hat uns ein bisschen Zeit, um die Systeme wieder online zu bekommen. Was ist mit... ...der... ...Break-Even... ...wo Sie sie... ...ziefreum? Hailing den Break-Even jetzt, Kapitän. Es ist Break-Even, hier spricht USS Batman. Schiff der Sternflotter. Und wie ist Ihr Status? Unheil. Sie ist schon wieder. Ich konnte das sehen. Unverständlich. Bevor das zu viel weg ist, hören Sie mich aus. Ich musste diesen Distress-Signal senden. Meine Optionen waren limitiert, während ein Klingon einen Disruptor an meine Hände bemerkt. Die Klingons waren zutreffend. Sie haben sogar meine Warp-Drive verletzt, um die Dinge überzeugend zu machen. Ich werde sie nie zur Sicherheit auf dem Impuls machen. Ich denke nicht, dass Sie mir eine Hand geben können. Ich würde eher nicht sein, wenn die Klingons zurückkommen. Schauen wir mal, was wir tun können. Drücken Sie E um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie E um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie Q um zu verringern. A B ASD. Um das Schiff nach oben zu fliegen. Okay. Helm! Voller Stopp! Ich habe uns diese Zeit stoppt, Sir. Aber von jetzt auf, werden Sie die Verantwortung für die Geschwindigkeit des Schiffes. Seit wann sind da Meter und Kilometer anzeigen. Seit wann wird das... Im Weltraum wird auch mit Lichtjahren gerechnet. Es sieht aus, dass sie nur drei oder vier Warp-Induktion-Koile braucht. Wir haben viele von diesen, die zu versparen. Wir haben viel Glück mit den Klingonen. Sie werden es brauchen. Der Offizier. Schon haben sie sich aus dem Staub gemacht. Was? Almost fertig, Kapitän. Level 2 Diagnostik zeigt, dass fast alle Plasma-Injektoren sind verabschiedet. Beyond repair. Das ist nicht genug. Plasma-Injektoren sind gemacht, um die Warp-Induktion zu behalten. Aber ich denke, die Klingonen haben sie spezifisch verabschiedet, wenn sie uns beherrachten. Es ist eine einfache Art, um ein Schiff zu schreien. Ich installiere welche Schiffen wir haben, aber wir sind drei Injektoren. Without sie, wir können nicht auf die Warp-Induktion gehen. Okay, irgendwelche Ideen erst, Offizier. Wir sind nicht das erste Schiff, die die Klingonen hier haben. Es gibt Wachstum überall in dieser Region. Ich kann die Dereleks scannen und sehen, ob sie jeden von ihnen enttackten Plasma-Injektoren haben. Okay, lass uns das machen. Dann machen sie das. Scannen nach Teilen. Okay, auf geht's. Du sie leertest, um eine Reichweite zu feuern. Cyrus, du siehst Dereleks Mikro-Injektore. Schwierbe retir placeinander. Und �sk gibt es... Dazu rechts. Du siehst. K pri einzige." humility steinkern nicht nach quiero. Wir haben zwei Einwanderen scheinbar keine agencies zu bekommen. Daran denke ich die Sicherheit unexpl predigenOT. Fahnd, T συνsrichtung der Komplett. Die Schrauben, die wir hinterlassen haben. Ja, dieser Mann wird wunderschön. Die Hände sich dem Schiff unterhalten. Okay, hier ist das Schiff. Das ist doch das Schiff, was wir treffen sollen, oder? Ach, da sind die Fraktelle. Hinauf. Wir haben Feindkontakt, so. Okay, wo ist Feindkontakt? Wir haben eine Stufe Rot. Erstmal nehmen wir die Gegenstatt. Die Klasseninjektoren werden den Trick, Sir. Gute Technologie. Typ R, wenn ich gewusst habe. 3.7 Liter Fluss mit Schiff. Schiff. Ihr habt eure Probleme. Ich habe meine. Ich brauche ein bisschen Zeit, um alles zu installieren. Und wir haben eine 1 Diagnostik. Wir wollen nicht, wenn wir den Warp 1 aufbauen wollen. Wir wollen nicht, wenn wir den Warp 1 aufbauen wollen. Zarva ist mit dem Warp-Farp. Aber bis sie fertig ist, sind wir hier immer noch verabschiedet, mit keinem Weg, um Hilfe zu helfen. Oh, nicht vergessen, den Klingon-Klingon-Battl-Cruiser. Wahrscheinlich wird die Veränderungen schneller machen, als wir sind. Natürlich können wir. Wir sind die Klasse von 2409. Tavrel hat mit den Ingenieuren gearbeitet. Und sie haben die Locationen von vielen Klingon-Signal-Battlern festgestellt. Das hat unsere Kommunikation während der Abwehr geblieben. Ich empfehle, dass wir die Abwehrsatelliten zerstören. Dann werden wir dann eine Anrufe von Starfleet bekommen. Auf geht's. Ich muss jetzt mit den 10 Kilometern einbitner schützen. Use ihre Phaserbanks um freundliche Anrufe zu schützen. Okay. Ich brauche den Geschmack zu schützen. Die Schütze hatten nie zu schützen. Die Schütze haben zu schützen. Use ihre Torfeder zu einem Ensemble an der Schütze zu schützen. Oh. Schmerz! Zwei mehr Satelliten. Schmerz! 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 Papier Torpedos Sieht zwar nichts, aber haben wir wohl was getroffen Wir werden wenden, um von vorne an zu greifen Sehr schön Oh nein, wir waren angegriffen Schutzschilder Die langfristige Kommunikation sind operativ, Sir Wollt ich das Distresssignal senden? Das Klingon-Ship nahe etwas wirkliche Schmerz Ich hoffe, sie ist Plasma all over the place Wir können das nutzen, um sie zu finden Wir müssen das finden Bevor es uns erneut durch die Medaille angreifen kann Entstanden Ich würde lieber nicht die Klingons sterben auf meinem ersten Tag Entstanden? Ich kann die Plasma-Signatur direkt zur Grunde Wir sind wie im Vorteil Auch die Grunde der Plasma-Signatur zur Navigation Es wird auf der Mathe Ja, siehst du Auf geht's Das wird temporär die Kraft von anderen Systemen Aber wir verbessern unsere Geschwindigkeit Als wir aus dem vollen Impuls Dann wird die Kraft von anderen Systemen zurückgekommen Ich kann mit deinem Leben schwimmen Ich kann mit deinem Leben schwimmen Aktiviere alle Impulse bei klicken auf die Klinge Schifft R und aktivieren Ja, sie werden die von den Impuls Oh, das war knapp 3 zur Seite Tutorial Hier Das ist das Schussfeld der hinteren Plasma-Phaserbänke Faserbänke Achten Sie das sowohl die vorderen als auch die hinteren Faser Einen überlappenden Schussfeld an beiden Seiten Schiffs aufweisen Faserbänke 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 Wir müssen, wir müssen mal wenden Wir müssen mal an das Klinge Die Karte steht in der falsche Richtung. Etwa in die Richtung müssten wir. Okay. 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 Oha. Oha. Denemli bir usul. Oha. 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 Video do. Boy. Ich habe ein paar Decks verfolgen. 1 und 1. Okay. Gut, dass das jetzt mal aufhabe. Okay, wir müssen wieder in die Richtung. Nein, wir waren schon in die richtige Richtung. Ich werde jetzt direkt drückend. Oha. Diesmal in diese Richtung. Da scheint es etwas zu geben. Okay, da sind wir noch nicht nah, nah genug lang dran. Jetzt lassen wir es mal hinkommen. Stunden später. Ich fahre nochmal die Beschleunigung hier. Ich fülle es gerade ziemlich langsam an. 16. 15. Okay, wir bewegen uns. Nicht, dass wir noch das besteigen. Schießen zu weit, wie wir in der Nähe sind. Garvin braucht mehr Zeit, um die Plasma-Injektoren zu installieren. Versuch nicht, dass nichts anderes zu brechen. Not gleich. Ähm... Beide und eins. Beide und eins. Und zwar. Beide und eins war das. Ich sehe gar nichts Stören über das Raumschiff Eine, eine haben wir Die Torpedos-Wandlungen die nicht funktionieren Und eins Okay, schießen Ich rufe die in die falsche Richtung Die Wände wenden Jetzt fingen wir direkt auf sie zu Das ist Kapitän Nog von der USS Chimera Sie brauchen Unterstützung Ja, wo ist er, wie wir von Die bluengrundischen Plündern Überfallen Er wurde gefangen und Auf den Klingrundstift gebeamt Sie haben ihn getötet, nachdem er uns den Befehl zum Feiern erteilt Und hast du seine Orte Ja so Ich sehe, und du bist der Kapitän Das bin ich Genau, gut gemacht, Cadet Es sieht aus, dass dein Schiff in need of repair Setz einen Kurs für Earth- und Space-Dot Wir werden dich zurück in Ein Stück Was mit dem Klingonischen Kapitän Der Kapitän Der Kapitän Getötet hat So Caddick Ist noch immer da draussen Glauben mir, Cadet Wenn er zurückkommt und ein Kampf Dann wird er einen In der Zwischenzeit Setz einen Kurs für unsere Position Chimera aus Ok, ja wo ist er Ok, steuern wir zurück Mit der Chimera treffen Ok, wir treffen uns mit dem Ah, da sehe ich es schon Das Raumschiff, was uns sicher nach Hause bringen kann Volle Kurs auf die Für die USS Chimera Beschleunigen können wir jetzt nicht Früher tun wir natürlich nichts Das sind Freunde wie es ausschaut Das sind Freunde wie es ausschaut Willkommen nach Hause Der Kapitän betrachtet für seine Leben, bevor ich ihn töte Der Kapitän betrachtet für seine Leben, bevor ich ihn töte Wenn wir gemeinsam kriegen was hin Wenn wir gemeinsam kriegen was hin Tofflein Die Feinden oben Die Feinden Die Feinden Die Feinden Die Feinden Die Feinden Das ist Zeit Die Feinden um zu sehen, ob sie Hilfe brauchen. Und ich will, dass Sie mich anwenden. Schau das als eine Feldpromotion, Kadett. Technischer Brückenoffizier. Weiblich krank, Kadett. Okay, zum Produktsystem. Das sah aus wie eine Sturzlandung. Kommunikationszusammenbruch. Kostzong, Gizong, Gizong, Gizong. Okay. Luz S, Gizong. Gizong. Wenn Sie das rauschen und verstecken Sie das Signal. Ja, Herr. Ich werde ungefähr 15 Sekunden für die notwendigen Veränderungen machen. Was machen Sie beide hier? Es ist immer gut, dass Sie die Orte von Ihren Arten und Ihren Arten zu folgen. Die Kadettinnen wurden durch Klingonen angestellt. Kapitän Taggart wurde in der Ertragung getötet. Und das Schiff ist unter der Kommandung dieses Kadett. Die Chimera hat sie zurückgebracht. Aber als wir nicht konntagieren Sie, habe ich entschieden, zu verabschieden und zu verabschieden. Was ist die Situation hier, Kapitän Niem? Ich bin verabschiedet von den Anomalien in diesem System. Und wenn sie verabschieden lang-range kommunikationen, dann sind sie auch eine große Herausforderung. Wir machen das bei den Zahlen. Wir haben bereits neige Proben. Jetzt sind sie aktiv. Wir können einen Anomalien in-depth präsentieren. Mit den drei Schiffen erzeugen Daten, wir sollten das schnell beobachten, und wir müssen eine Ausführung machen. Any Fragen? Du bist ziemlich sicher für ein Kadett. Du fühlst mich ein bisschen an mich, als ich als Einstieg. Natürlich, ich war nicht mit einem Schiff in der Zeit. Wir sehen, wie du performst, bevor du den Schiff in der Zeit vollzeit startest. Okay. Die Daten-Sammlung. Ich kann die Schiffs nur festlegen, um den Angriff. Okay. Wir ziehen nach links. Wenn du diesen Schiff gehst, Wir müssen jetzt. Jetzt. Hier sollte irgendetwas sein. Hier sollte man was kennen müssen. Hier sollte man was scannen, wie man das noch mal scannen kann. Wir müssen das noch scannen. Vergiss mir das geht. Hm. Skinnen. Ah ja. Ah ja. Okay. Okay. Ich habe vergessen, wie man es scannt. Ein schlechter Käpt'n. Ich fliege jetzt mal in den Kreis rein. Okay. 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 Hm. Ah. Und. Es geht. Das ist so sehr schön. Rapporten bezeichnen die Tränschen von Gamma-Radiation. Aber es gibt etwas in den Liedern. Okay. Dann scannen wir hier nochmal. Ich muss die grüne Wolken scannen. Was ist das? Kittimer hier. Sie sehen die gleichen Gamma-Radiation-Levelse wie wir sind? Ich bin nicht sicher dass ein normales Scan sein wird. Wir brauchen eine vollen, multiphasische Lieder. Ich habe festgestellt, dass es sich hiermit um ein Problem des Tätigkeiten und Störung des Skinners handelt. Mein Chefscienceofficer, Commander Davis, hat die gleiche Sache zugestellt, aber es scheint, dass du es bereits bewusst bist. Gute Arbeit. Wir werden eine Reverse-Tachyon-Pulse-Wave performen und sehen, ob das das Problem löst. Reportiere... Wir werden mal wenden. Skin. Wir haben eine Transwarp-Signatur. Es liegt auf uns! Die Borg! Wir werden die Borg. Wir werden die Borg. Wir werden die Borg. Was ist hier? Wir werden die Borg. Wir sind jetzt hier. Wir werden die Borg. Wir werden die Borg. Wir werden die Borg. Wir werden die Borg. Wir werden sie so schön machen. Mein Impuls. Und weg hier. Nee, in die andere Richtung. Wenn wir nicht auf den Planeten krachen. Jetzt geht's lang. Von diesem Zeitpunkt, deine Kultur wird sich verbessern. Okay. 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 Diese Borg sind anders als die, die in meinen historischen Rekord haben. Sie seien irgendwie auskontakt. Sie sind wunderschön, aber trotzdem ziemlich gefährlich. Ich bin ein emergency-medical-Hologram, nicht ein Miracle-Worker. Der Borg hat ein sehr grosses Schmerz auf die Kirima. Die EMH könnte sein, weil niemand anderes bereit ist, das zu tun. Ich mag das nicht. Der Borg hat nicht gesehen, in diesem Quadrant seit Jahrzehnten. Das ist nicht ein Verwunderschön. Wir brauchen die Daten aus diesen Proben. Alle Zettelungen für die Kirima unterstützen. Ich möchte Sie, um die Schmerz zu Ende des Schmerz. Wir müssen wissen, wie die Borg hier drin ist. Und Cadett, wenn Sie oder Ihre Krufe nicht able zu lösen, dann sprechen Sie jetzt. Der Borg kann auf die Verteidigte der Starfleet, und Sie haben bereits auf die Klingons gesteckt. Okay. Wir müssen mal ein bisschen drehen. Wir müssen Sie jetzt erst, hier hören. Jetzt ist das friendly. Und Sie haben die Werteidigte der Werteidigte der Zettelung. Hier haben Sie den Werteidigte der Werteidigte der Zettelung. Ah, die... die Formen müssen wir mal untersuchen, wie ist da oben? Wir müssen mal hin Nicht so schnell Ich kriege den Kurs nicht hin Ah, ahm Ich komme Oh, falsch Richtung Schiff falsch gedreht Ein Hochpilot bin ich Ich kann nur nach unten fliegen Hochpilot halt Okay, da müssen wir hin, glaube ich Und nach oben Wenn wir die Tränen wieder ab Was mache ich denn? Ich entferne mich Jetzt müssen wir den Raumschiff steuern, müssen wir noch üben Ah, jetzt müsste es doch gehen, jetzt steuern wir direkt drauf zu Nach ewigen Versuchen Das müssten wir noch direkt davor sein Ich sitze mich genau unter ihnen Okay Jetzt müssen wir weiter zu Das Chimera Das müssen wir nicht, wir müssen Wenden uns zu dem Anderen Schiff Im Grünen Kreis Ich habe mich ganz aufgepasst, was dort ist Ich habe mich ganz aufgepasst, was dort ist Wahrscheinlich irgendwas zum Scannen Was ist denn, was ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn der Die Da müssen direkt ankommen Und scannen Daten übermitteln Das ist der Status Unsere Technologische Team haben die Borg-Bording-Party auf der Kitama Warum fragst du? Es gibt eine 88.47% Chance, dass du meine Hilfe benötigst Ich habe 75 Millionen Gigakwads von Computer-Memorie und eine extensive Bibliothek von Daten auf Militär-Taktiken und Kommande-Strategien Ich glaube, ich kann ein paar Punkte von Prozessungs-Power für dich Vier Transwarp-Signaturen getestet Das ist es! Schau für den Kampf! Oha! Ein Griff Wir sind auch zu weit weg Wir müssen die S-Band-Band mit kämpfen Ich bin direkt angegriffen Die Sonde zerschießen ich kann die Möbel die Möbel die Möbel ich weiß nicht, ob wir bereit sind das ist nicht mehr ich weiß nicht, ob wir bereit sind Die ganze Weltraumschlacht. Und das haben wir uns am ersten Tag genaustelt. Fantastisch. Wir haben uns das auch immer gewünscht. Nicht. Volle Kraftfeuern. Wann kaputt? Wann kaputt, was dich kaputt macht? So, die sind kaputt, unter uns. Sehr schön. Sie sind von Starfleet. Sie sind vorbereitet für das. Multiple Borg-Warp-Signatures geteckt. Es ist eine Angelegenheit. Was sollen wir machen? Was ist zum Hänkern? Ah, da sind wir noch Feuer. Ich werde mal wenden, um voll Feuer zu können. Das ist sehr gut, dass von der Seite kommen und die anderen von vorne. Von allen Seiten geschossen. Die Spheade. Das ist ein Wettbewerb. Okay. Das ist ein Wettbewerb. Ok, Cadet. Das ist wie ich sie sehe. Die Borg benutzen das Polgertum als eine Standortung. Unsere Laufgängern sind bei uns positionieren inbound Transwarp-Signatures. Der größte Wicht ist das Vega-System. Es gibt eine schwere Kolonie. Und wenn die Borg es durchzuführen, werden sie eine große Bevölkerung in die Drones gezwungen. Wir sehen uns das zweite Fuggen. Ich will Sie in die VEGA-Colonie und sie über die Borg warnen. Die Chimera ist besser bereit für die Borg-Attacken weiterentwickelt und die Kinnamer hier helfen. Wir müssen uns auf VEGA-Colonie machen. Ich hoffe, wir sind nicht zu früh, um die Kolonie zu warnen. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay, jetzt. Auf der rechten Seite des Missions-Tracker. Und nicht in die Sonne krachen. Das finde ich gut. Ähm. Ein bisschen langsamer hier. Ein bisschen langsamer. Man kann nicht die wertvollen Services auf dem Haus. Okay. Post ist im Cadetszwerg. Genre Post. Okay. Ja gut. Ähm. Sieht wohl danach aus. Hallo wieder. Schön, dass du überlebt. Jetzt hätten wir das dann erstmal. Jetzt hätten wir das. Die erste Mission bestanden. Würde ich mal sagen. Auf zu neuen Abend hören. Oder wo müssen wir jetzt hin? Vielleicht noch ein I auf meine Karte. Das ist ja so. Okay, das ist ja so. Für Lichtjahre. Ah. Jetzt sind die Hände, die nicht da rangehen. Das System hier. Oh. Und in die Sonne geflogen. Fantastisch. Äh. Das ist klar. Äh. Das ist klar. Sternbasis. Ich glaube da müssen wir hin. Ich glaube da müssen wir hin. Und die Sternbasis. Und die Sternbasis. Okay. von dem schiff geworden mit sagen das war star trek online und jetzt ist dann fürs zuschauen haben sie noch einen tollen tag und darin bis dahin wie lang wundervoll frieden schau Untertitelung des ZDF, 2020